1, 2, 3, 4 Siehst du's? Ja! Sag mal ihr, geht ihr gerne in die Schule und sitzt dort? Ja, dort! Gerne schweigend auf dem Stuhle, wenn da vorn ganz vorn Der Lehrer spricht, also wir, also wir sichern es! Und jetzt kommen wir zum Kern des Themas, der Weisheit lehren Muss man mit Vergnügen hören Ach es ist die größte Frau Ach wer doch nie zufrieden hat Ach schon, Moritz! Machen 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 Vielen Dank.